Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es ist schon wieder Patch Day. Morgen kommt schon wieder ein neuer Patch raus, diesmal 1.3.1. Vorher war es ja 1.3.0 A und jetzt ist wirklich eine 0.1 dazu gekommen, also nicht irgendein B. Und es wird schon wieder was gepatcht, also nachdem die Season jetzt gerade in der Woche draus ist, ist das jetzt schon der zweite Patch. Wenn wir noch den Season Patch dazunehmen, ist es sogar der dritte Patch. Und nicht irgendwelche Bugfixes nur, da gibt es auch unfassbar viele, sondern auch wieder wirkliche Patches an dem Spielerlebnis an sich, was ich wirklich verblüffend finde, wieso solche Kleinigkeiten, wir kommen da gleich drauf, so random eine Woche nach der Season gepatcht wird, obwohl das eigentlich Sachen sind, die entweder schon in diesem A-Patch oder auch direkt zum Season Patch rein hätten kommen können. Also ein bisschen komisch. Es wurde nämlich zum einen die Vampir, die Heilung, die ein Gegner bekommt, wenn er diesen vampirischen A-Fix hat, vielleicht kann ich das einmal einblenden, damit ihr immer ein Bild vor Augen habt, wo der Gegner euch angreifen kann und dann neues Leben dazu bekommt. Sehr nervig, gerade in Blindhöhlen fällt das gerade ein. Da muss man immer drei Gegner besiegen und alle drei Gegner haben diesen vampirischen A-Fix und heilen sich dann aber fast mal voll. Die müssen dafür aber einen Nahkampfangriff machen, deswegen habe ich immer versucht, auf Distanz zu bleiben, damit die sich nicht wieder um 50% heilen. Das wurde jetzt durchweg auf jeder Weltstufe reduziert. Auf Weltstufe 4 auf 25%, auf Weltstufe 3 auf 15, 2, 10 und 1, 5. Das war vorher 50, 35, 20, 10, also überall die Hälfte nur und Weltstufe 3 sogar noch weniger als die Hälfte. Finde ich sehr wichtig, aber das ist halt so, wieso jetzt, wieso hat man das hier schon zu Season 3 gemacht, also das verstehe ich nicht. Außerdem gab es eine Änderung zu diesem A-Fix mit der Kuppel. Da wurden ja auch schon viele Änderungen vorgenommen, das hat auch am Anfang des Releases von Diablo 4 nicht richtig funktioniert, aber die war ja bislang immer, immer an und da gibt es jetzt eine Änderung, die ist nur noch 6 Sekunden maximal an und dann steht hier uns 50-75% Uptime. Da weiß ich nicht genau, was das heißt, ich gucke mal gerade in die deutschen Notes. Da steht auch, es hält jetzt 6 Sekunden lang an und ist 50-75% aktiv. Verstehe ich nicht, was das heißt. Also entweder 6 Sekunden oder 50-75% aktiv. Schreibt es mal gerne in die Kommentare und da leuchtet mich, ich check es nicht. Außerdem kann das Feld unterbrochen werden, wenn der Gegner betäubt wird, eingefroren wird, gestunnt wird. Und Knockback auch, also sehr cool, dass das Feld da auf jeden Fall endlich mal einen Nerf bekommt, weil der war wirklich nervig. Gerade auch im Schlachthaus, erinnere ich mich, war es übel nervig. Vor allen Dingen, wenn ihr Fernkämpf wartet, musstet ihr immer nah reingehen und dann ins Getümmel, um die Gegner zu besiegen, war echt doof. Gut, dass es generft wurde. Ich hoffe, dass zu den Kack-Schild-Dudes auch dem nächsten Nerf kommt. Da ist mir auch egal wann, kann auch mitten in der Season sein, wo niemand mit rechnet, aber diese Schild-Dudes, die nerven mich übertrieben. Blizzard, wenn ihr das hört, Schild-Dudes nerven, da würde ich mich freuen. Ja, und dann wurden alle, also ich glaube, durchweg alle Leitsteine und alle Abstimmungssteine verbessert. Alle durchweg wurden verbessert, das Sehneschall-Konstrukt. Also ich habe da nicht einen Nerf gesehen, das sind ungefähr 20 Punkte und überall wurde irgendwas increased. Also wenn ihr euch das selber mal durchlesen wollt für euren Bild, ist unten natürlich verlinkt. Die Patch-Notes sind auch schon auf Deutsch da. Da wurde alles durchweg verbessert. Was glaube ich nicht verbessert wurde, sind die beiden Ubers. Die sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht, aber sonst wurde richtig, richtig viel verbessert. Ja, das Konstrukt wurde ja auch schon mit dem A-Patch gebufft, wo die Level hier angepasst wurden, dass man weniger Erfahrung braucht, um die zu leveln. Und jetzt nochmal ein Buff mit der Stärke. Ich bin gespannt, ob da in der Season jetzt nochmal irgendwas kommt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die beiden die Drop-Chance hier erhöht wird. So viel zu den Patch-News, die morgen kommen. Aber es wurde zusätzlich noch was für den 6. Februar announced. Und zwar kriegen wir am 6. Februar richtig früh, hätte ich gar nicht gedacht, ein Event. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen Valentinstags-Event. Haben sie nicht so genannt, aber kann ich mir gut vorstellen, weil am 14. ist ja Valentinstag. Und da wird es wieder, wie die Midwinterpest, ein Event kommen. Finde ich sehr cool, dass er so früh in der Season kommt. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber finde ich sehr cool. Und da muss ich mal ein bisschen ablesen. 6. Februar startet das um 19 Uhr und geht bis zum 20. Februar. Also wirklich zwei Wochen, sehr cool. Sowohl in der Season als auch im ewigen Reim. Da war ich sowieso ein bisschen geschockt, dass die Gewölbe nicht im ewigen sind. Obwohl ich stark davon ausgehe, dass wir zu Season 4 die Gewölbe auch im ewigen bekommen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das Ganze heißt Lunaris Erwachen und findet statt in Ketsbadoo. Wir wollen gerade mal gucken, wo das ist. Das war nämlich auch nicht auswendig. Das wird irgendeine Hauptstadt sein. Ketsbadoo, Gea Kul. Bist du wieder hier? Ja, es ist wieder hier, wo auch Season 2 stattgefunden hat. Also hier wird das Ganze stattfinden. Ketsbadoo, da könnt ihr dann wieder ein NPC treffen. Ich bin... Oh, da hoffe ich, dass wir wieder so eine richtig geile Cutscene bekommen. Wie zu Midwinterpest mit dem Baden, der dann für uns gesungen hat. Fand ich sehr cool. Wenn Ying Yu dort auch so erstmal krass synchronisiert ist. In allen Sprachen, was da wahrscheinlich sein wird. Und dann auch noch ein bisschen singt. Da würde ich mich drüber freuen. Die Bonis, da geht es um 50% mehr EP. Hier steht multiplikativ. Ich gehe mal aber stark davon aus, dass wenn ihr auf Weltstufe 4 spielt. Ihr kriegt die 200% von Weltstufe 4. Die 20% vom saisonalen Sägen. Und dann kommen da nochmal 50% drauf. Dass ihr dann bei 270 seid. Das wird nicht sein, dass ihr 50% von den 220 bekommt. Und dann bei 330 seid. Das denke ich nicht. Es werden wieder 50 on top einfach sein. Und Bewegungsgeschwindigkeit ist um 30% erhöht. Ich denke nicht, dass es über das Cap geht. Es wird bei 200% dann trotzdem gecappt. Aber 30% Bewegungsgeschwindigkeit finde ich richtig, richtig cool. Zusätzlich noch Stärkungseffekte. Aber die sind nicht weiter spezifiziert. Ich kann mal hier ein Bild einblenden, wie das aussieht. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Außerdem gibt es dann auch wieder eine neue Währung. Gunst der Ahnen. Und das könnt ihr wieder gegen neue Belohnungen eintauschen. Es wird also wirklich sehr ähnlich wie Midwind-Tapest. So könnt ihr euch das vorstellen. Und dass ihr dann Items einsammeln müsst. Die könnt ihr eintauschen. Und wieder gegen Skins. Und die Skins haben sie auch schon ein bisschen was gezeigt. Und die, muss ich sagen, sehen sehr cool aus dieses Mal. Ich werde euch hier einfach mal ein paar Bilder die ganze Zeit einblenden. Oder ein Bild. Es ist ein cooles Pferd dabei. Und dann für jede Waffe wieder eins. Dann irgendwelche Trommeln. Eine Trommel fürs Pferd. Wahrscheinlich eine Trophäe. Und ein Skin. Ich bin mir nicht sicher, ob der nur für Barbaren ist. Aber sieht sehr cool aus. Skin für jede Klasse. Also echt cool. Und so richtig asiatisch angehaucht. Finde ich sehr, sehr cool. Außerdem gibt es dann auch neue Kopfgelder für den flüsternden Baum. Aktuell ist es ja so, dass man mit der Höllenflut jederzeit ganz viele Scherben sammeln kann. Und der flüsternden Baum ein wenig nachringt. Habe ich persönlich jetzt noch nicht, weil ich sowieso lieber grausige Gaben mache als Höllenflut. Und ich eigentlich durchgehend grausige Gaben mache und nur Höllenflut mache, wenn ich es muss. Aber dort wird es auch wieder neue Kopfgelder geben für den Baum. Und auch die Schreineffekte haben sich geändert. Die werde ich jetzt nicht alle durchgehen. Lest euch das selber unten durch. Ich habe es euch unten wieder reingepackt. Und zum Beispiel Artillerie Schreien. Und die Einsätze von Fertigkeiten haben eine Chance, eine heilige Bombe zu beschwören. So als Beispiel. Die werden dann auch angepasst. Ist dann die Frage, ob das anstatt des Hauptschreineffekts ist oder zusätzlich. Aber das werden wir dann sehen. Ja, finde ich sehr cool. Es tut sich sehr viel. Den Patch verstehe ich nicht wirklich zu dieser Zeit. Aber nehme ich mit. Und dann am 6. schon das nächste Event. Also das ist echt cool. Freue ich mich sehr drauf. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Freut ihr euch darauf. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen. Über ein Like auf dem Video. Und sage bis zum nächsten Mal Leute. Haut rein.